Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, man muss sich das einmal vorstellen. In diesen Wochen diskutiert ein ganzes Land darüber, mit Blick auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, wie muss unser Gesundheitswesen aufgestellt werden. Es wird diskutiert, welche Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden, wie können und müssen wir wieder mehr gesellschaftliche Verantwortung für unsere Krankenhäuser übernehmen. Und was machen da in dieser Situation drei alte, schwerreiche Konzernpatriarchen? Sie liefern sich eine beispiellose Übernahmeschlacht auf den Aktienmärkten, um die Hoheit über Krankenhäuser zu gewinnen. Da wird getrickst, da wird getäuscht, dass einem schwindelig wird. Man hat den Eindruck, auf dem Krankenhausmarkt geht es mittlerweile zu, wie in einem Spielcasino. Ich will ganz klar sagen, das wollen wir nicht, das darf so nicht weitergehen. Wir finden uns nicht damit ab, dass unser von der CDU einst verkauftes Uniklinikum aufgrund der Übernahme der Rhön AG durch den Klinikkonzern Asklepios erneut zum Spielball der Finanzmärkte geworden ist. Wir wollen nicht, dass die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Mittelhessen auf den Aktienmärkten entschieden wird. Wenn diese Vorgänge doch eines zeigen, dann, wie sehr durch Privatisierung und Kommerzialisierung unser Gesundheitswesen für Profitstreben und für Spekulationen geöffnet worden ist. Damit muss Schluss sein. Der traurige Höhepunkt dieser neoliberalen Umgestaltung unseres Gesundheitswesens war die europaweit einmalige Privatisierung unseres Uniklinikums durch eine CDU-geführte Landesregierung. Es gibt aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit für die Situation in Krankenhäusern. Es ist schön, wenn Beifall für Pflegekräfte in der Gesellschaft viel Zustimmung findet. Es reicht aber längst nicht aus. Gerade jetzt verdienen die Kolleginnen und Kollegen unseres Uniklinikums sowie alle Beschäftigten im hessischen Krankenhaus und Gesundheitswesen unseren Respekt, Dank und Anerkennung für ihre unermüdliche Arbeit. Damit das nicht vergessen wird, zu einem Krankenhaus gehören alle Berufsgruppen von der Pflege, Ärztinnen und Ärzte, technische Mitarbeiter, Serviceberufe, Küche, Reinigung, Fahrdienste und viele mehr. In einem Uniklinikum eben auch Lehrende, Forschende, Studierende. Sie alle leisten unter schwierigen Bedingungen tagtäglich Außerordentliches. Dafür haben Sie unseren Dank und Anerkennung verdient. Deswegen ist es in Ordnung, wenn für die Beschäftigten auf Balkonen geklatscht wird. Noch besser wäre es, wenn sich das in die notwendige Anerkennung in bare Münze umwandelt. Ein Pandemiezuschlag ist das Gebot der Stunde, wie ich finde. Anerkennung und Aufwertung, nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie, ist wichtig für die Pflege. Aber ich will auch den Blick auf die beim Land angestellten Ärzte werfen, denen im Moment gleiche Bedingungen wie den Ärzten in anderen Ländern, an anderen Unikliniken, von der Landesregierung verweigert werden. Das muss ein Ende haben. Auch für die Ärztinnen und Ärzte muss eine Lösung her. Aktuell sorgen sich die Beschäftigten am UKGM aber eben nicht nur über mangelnde Anerkennung, sondern über die Übernahme der Rhön AG durch Asklepios. Die Beschäftigten sorgen sich, dass durch die Übernahme Arbeitsplätze gestrichen, Einrichtungen geschlossen und betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Diese Sorgen sind nicht unbegründet. Gewerkschafter wissen, der Hamburger Klinikkonzern verweigert an etlichen Standorten Tarifverhandlungen, er setzt auf flächendeckende Ausgliederungen, um die Kosten zulasten der Beschäftigungsbedingungen zu sinken. Der andere Player, der damit mischt, B. Braun aus Melsungen, will gerne mal schnell Kasse machen und fordert, mal eben einen dreistelligen Millionenbetrag an Dividende auszuschütten. Die Zeche dürfen dann die Beschäftigten und die Patienten zahlen. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Während sich die alten reichen Männer um Macht und Geld zoffen, hört man von der Landesregierung und der zuständigen Ministerin nichts, aber auch gar nichts zur drohenden Übernahme. Es ist ja nicht so, als würde es auch ohne die Übernahme nicht schon genügend Probleme am UKGM geben. Steigende Fallzahlen, im Verhältnis dazu immer weniger Personal, Überlastungen, hunderte Überlastungsanzeigen, die in der Vergangenheit kaum zum Ende verfolgt worden sind, Überstundenberge, die nicht abgearbeitet werden, Betriebsräte, die den Notstand ausrufen. Darüber haben wir ja hier vor einigen Monaten auch diskutiert. Damals haben die GRÜNEN im Landtag den Hilferufen aus dem Klinikum sogar jede Glaubwürdigkeit abgesprochen und sie als Notstandsrhetorik verunglimpft. Ich finde, so kann das nicht weitergehen. Die Landesregierung hält immerhin noch 5 % am UKGM. Sie hat sich viel zu lange einen schlanken Fuß gemacht und das muss sich endlich ändern. Sogar eine Anhörung haben Sie verweigert zur Bilanz der Privatisierung, wie von SPD und LINKEN gemeinsam gefordert worden ist. Deswegen fordere ich Sie hier und heute auch, nehmen Sie Stellung zur Übernahme. Sorgen Sie dafür, dass an unserem Klinikum betriebsbedingte Kündigungen langfristig und nicht nur bis 2021 ausgeschlossen werden, dass Outsourcing verhindert wird, dass Tarifverträge garantiert werden und weiterentwickelt werden und dass alle medizinischen Einrichtungen erhalten bleiben. Da reicht eben auch nicht ein Verweis auf Hintergrundgespräche und dass man für das Verhalten von privaten Dritten keine Verantwortung übernehmen kann. Das ist zu wenig. Da geht ja sogar der Vorstand der Rhön AG kritischer mit der Übernahme um, wie sich in der öffentlichen Stellungnahme zu lesen ist. Der geht kritischer damit um als die zuständige Ministerin. Frau Wissenschaftsministerin Dorn, Sie müssen sich die Frage gefallen lassen, wann Sie zum letzten Mal eine Gesellschafterversammlung einberufen haben. Das wäre doch eine konkrete Möglichkeit, um Einfluss auf die Zukunft unseres Klinikums zu nehmen. Die Debatte im letzten Jahr hat aber leider gezeigt, Sie vertrauen mehr den Zahlen der Geschäftsführung, den Zahlen eines Aktienkonzerns, als den Schilderungen der Belegschaft. Stolz verweist die schwarz-grüne Landesregierung auf ihre Vereinbarung zur Trennungsrechnung. Seit der Vereinbarung der Trennungsrechnung stecken wir jedes Jahr 75 Millionen € in das Klinikum, die Tendenz steigend. Vorher waren es rund 60 Millionen €. Dazu kam dann einmalig die Investitionspauschale von 13 Millionen €. Nehmen wir alle diese Zahlen zusammen, dann kommen wir seit 2017 auf die Summe von 240 Millionen €. Sie sagen hier immer, dass ein Rückkauf viel zu teuer wäre. Gleichzeitig werfen Sie der Rhön AG immer mehr Geld hinterher. Ich finde, das passt doch nicht zusammen. Es ist schön, dass die Landesregierung versucht hat, die Change of Control-Klausel zu verlängern, wie zu lesen war. Noch schöner aber wäre es gewesen, wenn Sie nicht einfach nur zugeschaut hätten, wie die Klausel ausläuft, sondern sich angestrengt und echte Rückkaufsverhandlungen geführt hätten. Obwohl sich die Rhön AG 2006, wie wir alle wissen, darauf verzichtet hat, Investitionsmittel in Anspruch zu nehmen, hat sich die Landesregierung mehrfach bereit erklärt, über weitere finanzielle Mittel zu verhandeln. Wir sind der Meinung, öffentliche Mittel in Form von Investitionsmitteln dürfen dem UKGM und dessen Eigentümer, wer auch immer das ist, nur gegen konkrete Bedingungen und eine erhöhte Einflussnahme des Landes auch durch Aufstockung von Anteilen zur Verfügung gestellt werden. Und nicht darunter. Kein öffentliches Geld ohne klare Zusagen. Natürlich werden Sie in dieser Debatte einwenden, dass nicht allein die Privatisierung, sondern die Unterfinanzierung und der Mangel an Personal das Problem im Krankenhauswesen sind. Da bin ich durchaus bei Ihnen, wobei bei einer privatisierten Klinik noch immer die Dividende für die Aktionäre hinzukommen, die da erwirtschaftet werden muss. Aber wenn Sie an den Rahmenbedingungen doch etwas ändern wollen, dann setzen Sie sich für Personalmindeststandards ein, wie das Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument PPR 2.0, das Ver.di mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat, verhandelt hat. Wo ist der Einsatz der Landesregierung für dieses Instrument, um die Bedingungen für die Beschäftigten und die Patientenversorgung zu verbessern? Sorgen Sie doch gemeinsam mit uns dafür, dass das Fallpauschalensystem mit seinem irrsinnigen Kostendruck, seinen Fehlanreizen und seinem betriebswirtschaftlichen Kalkül endlich zugunsten einer bedarfsorientierten Versorgung und Finanzierung überwunden wird. Das ist eine ganz wichtige zentrale Aufgabe. Für uns als LINKE gilt, und da sehen wir uns absolut im Einklang mit Bürgern, mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften, mit Wissenschaftlern, mit Kommunalpolitikern aller Parteien in der Region, die Privatisierung des UKGM war, die ist und bleibt ein Fehler, der rückgängig gemacht werden muss. Dafür muss die Landesregierung alle Möglichkeiten ausschöpfen, um es wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen. Dazu zählt die Verlängerung der Change-of-Control-Klausel, dazu zählt ein möglicher Rückkauf, aber dazu zählt für uns auch eine Rückführung in öffentliches Eigentum, eine Entprivatisierung, eine Re-Fair-Gesellschaftung, wie sie nach Art. 14.15 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 35.3 Hessischer Verfassung durchaus möglich ist. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Landrat Dr. Michael Koch von der CDU aus Hersfeld-Rotenburg. Der fordert wegen der Corona-Pandemie die Verstaatlichung aller Krankenhäuser. Ich finde, das ist der richtige Weg. Die Pandemie zeigt, die Gesundheitsversorgung darf nicht Markt-, Wettbewerb- und Aktiengesellschaften überlassen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.